Hi Leute, willkommen retour. Erster Part für mich jetzt nach längerer Zeit, nach Weihnachten zumindest, mit dem FC Barcelona und ich freue mich ehrlich gesagt jetzt schon aufzunehmen. Mit Bremen bin ich mit der Saison fertig, da wird es natürlich keine Spoiler jetzt hier geben. Und ja, jetzt freue ich mich wie gesagt auf die Parts mit Werder, mit Werder sage ich, mit Barca. Und ja, wir können uns eigentlich jetzt ziemlich auf die Liga konzentrieren, weil wir überall sonst rausgeflogen sind. Wir haben noch, ich glaube, zwei starke Gegner, Atletico Madrid und Atletic Bilbao und der Rest ist eigentlich so, dass wir ihn gewinnen sollten. Und dementsprechend bin ich optimistisch, den Rest der Saison zumindest positiv zu gestalten. Ziel ist für mich persönlich, in die Champions League-Ränge zu kommen. Wir müssen natürlich aufpassen, denn im Pokal haben wir zwar unser Ziel erreicht mit Halbfinale, aber wir haben es international verfehlt und ich möchte es ehrlich gesagt nicht national auch noch verfehlen. Und da hat es eben geheißen, wir sollen um den Titel mitspielen. Das heißt, wir müssen einfach schauen, dass wir irgendwie, würde ich persönlich sagen, jetzt schauen, dass wir nach Boden gut machen in den Champions League-Rängen, damit wir vielleicht sogar noch auf Platz zwei irgendwie nach vorkommen. Das wäre so mein Ziel, damit der Vorstand da vielleicht ein Auge zudrückt. Denn ich glaube persönlich, dass wir das Ganze, die ganze Karriere bei Barca schon noch positiv gestalten können, aber dass wir dazu einfach Zeit brauchen werden. Also Zeit, um diesen Kader einfach so umzubauen, dass er wirklich passt. Und dementsprechend, ja, werden wir das machen. Ich habe hier links, seht ihr es schon übrigens gerade, das Trainerprofil von Dominik Lavogga offen. Ein Bekannter von mir, der ja Assistenztrainer, beziehungsweise U19-Trainer in Kiel war. Dann war er auch Trainer in Österreichs zweiter Liga, zumindest interimistisch. Den möchte ich irgendwie jetzt dann ganz gerne zu uns holen, das habe ich mir noch gedacht. Und was ich so in den Kommentaren noch gelesen habe, ist, dass ihr trotzdem wollt, dass wir mutiger spielen. Das heißt, vielleicht ein bisschen auf jeden Fall höher attackieren, weil ihr auch gemeint habt, dass es in den FM-Teilen immer gut funktioniert. Das heißt, das können wir jetzt auch noch machen. Und noch eine gute Nachricht. Wir haben jetzt nur noch zwei englische Wochen bis zum Sommer. Das heißt, wir können jetzt einfach schauen, dass wir vielleicht noch Testspieler mit der zweiten Mannschaft ausmachen, damit wir mittwochs dann Spielpraxis für die Spieler kriegen, die sie brauchen. Aber grundsätzlich heißt das auf jeden Fall, dass wir uns jetzt auf die Liga konzentrieren können. Und das ist auf jeden Fall was richtig Positives. Gut, genug gequatscht. Steigen wir ein. Da, wie gesagt, seht ihr das Trainerprofil von Dominik Lavogga. Ist jetzt nicht wirklich so gut, aber er ist noch jung. Er hat auch Scouting-Kenntnisse in Portugal. Ich persönlich würde den jetzt einfach als Assistenztrainer mal in die zweite Mannschaft holen, wenn er denn Lust hat. Denn, wie gesagt, ich hätte ihn eigentlich, oder U19 ist mir auch recht, machen wir drei Jahre, wenn es irgendwie geht, 75.000. Ich kann leider nicht mehr zahlen als das, lieber Dominik. Aber er hat angenommen ausgezeichnet. So, wie gesagt, das ist die restliche Saisonplanung. Also, wie ihr hier seht, okay, Sevilla haben wir auch noch. Hier haben wir drei starke Gegner. Da müssen wir schauen, dass wir möglichst viele einfach mitnehmen. Aber der Rest ist eigentlich allesamt lösbar. Und lösbar heißt natürlich trotzdem für uns. Ich meine, wir haben auch hier immer wieder Probleme, ganz klar. Aber trotzdem bin ich da optimistisch. Wir werden jetzt sicherlich nicht jedes von diesen Spielen gewinnen, aber wir müssen einfach schauen, dass wir möglichst viele davon mitnehmen. Wann haben wir eigentlich die Woche? Am 20.04. und am 11.05. Das heißt, wir checken da jetzt mal kurz. Barcelona B. Am 20.04. machen wir kein Spiel quasi. Oder wir können ja trotzdem ein Spiel machen, aber wir machen halt niemanden verfügbar. Schachmatt. Das heißt, ich plane hier jetzt mal die Spiele durch. Wir nehmen hier immer kleine regionale Gegner, weil gegen die nehmen wir am meisten Geld ein. Hier seht ihr nämlich die Kosten dann so um die 800 und Einnahmen sind bei 15.000, 16.000. Das summiert sich dann mit der Zeit schon, muss man ganz ehrlich sagen. So, ich nehme hier noch einen anderen Gegner, der Attraktivität zuliebe. Jetzt haben wir da zum Beispiel schon Einnahmen in Höhe von 60.000 Euro. Und das eben zusätzlich mit dem Vorteil, dass wir Spielpraxis haben. Ich lasse die Woche vielleicht trotzdem einfach aus. Ist eh ganz egal. So, Rubi. Das muss man einmal machen, das ist einmal mühsam. So, wieder die gleichen genommen. Aber dafür, wie gesagt, Geld und Spielpraxis. Natürlich auch für Jungs in der zweiten Mannschaft. Also auch das nicht so verkehrt. Und da machen wir hier am 11. noch ein Testspiel vielleicht. Gegen irgendeinen stärkeren Gegner. Girona B jetzt zum Beispiel mal. Kostet dann halt auch ein bisschen was. Aber das ist schon mal nicht so schlecht für uns. So, und Club Atletico de Madrid. Die gewinnen gegen Real Betis. Wir sind ja mittlerweile auf Platz 6 abgerutscht. Das ist natürlich alles andere als gut. Wobei, mit einem Sieg könnte man wieder auf Platz 4 kommen. Also es ist wahnsinnig umkämpft. Wir müssen halt jetzt echt aufpassen. Gerade bei diesen direkten Duellen könnte das Ganze noch richtig schwierig werden für uns. Semedo noch ein Spiel davon entfernt. Dann bekommen wir wieder 1,5 Millionen. Das ist eine ganz gute Geschichte. Und ja, jetzt haben wir den Tabellenzwölften Levante. Jemand von euch hat übrigens noch gemeint, dass ich darauf schauen soll, dass wir die Spielerrollen trainieren. Auch das können wir auf jeden Fall machen. Das heißt, wir schauen uns mal kurz durch, welche Rollen wir hier eigentlich haben. Auch das hier, der trainiert zum Beispiel Innenverteidiger. Also vielen Dank für den Hinweis. Und das habe ich ehrlich gesagt nicht bedacht. Jordi Alba mache ich mir jetzt ehrlich gesagt keine großen Gedanken mehr. Da habt ihr auch gemeint, da soll ich schon langsam schauen, dass ich denen los werde. Dem lassen wir Kraft trainieren. Martin Daday. Aber die restlichen Fähigkeiten sind schon ganz gut von ihm. Dann würde ich sagen, Eric Garcia. Auf jeden Fall Rolle, Ballspiel in der Innenverteidiger. Passt auch. Auch der kann von mir aus noch Kraft trainieren, weil auch die werden wir brauchen. Dann Busquets ist mir ziemlich egal. De Jong ist die Frage. Der trainiert momentan zurückgezogener Spielmacher. Das passt mir auch, weil Busquets wird jetzt früher oder später dann auch ersetzt, würde ich mal sagen. Dann Vati ganz klar, da müssen wir natürlich aufpassen. Im Moment, im Moment habe ich ihn rechts außen. Das ist, ich überlege gerade. Na, ich lasse es trotzdem so, weil bei den Offensiven ist es halt wirklich schwierig. Da wechseln wir so durch im Moment. Deswegen zahlt sich das, glaube ich, nichts aus. Petri, der könnte auch Kraft trainieren. Der hat dann nur 9. Schadet sicher nicht. Matthias Arezzo, wie schaut es bei ihm aus? Der ist auch körperlich durchaus noch mit Luft nach oben. Mental und vor allem technisch ist er richtig gut. Ausdauer ist nicht so wirklich gut. Aber der trainiert eh schon Kraft. Nur pressender Stürmer, ich meine mit seiner Aggressivität, passt eigentlich zu ihm. Wenn wir sowieso höher stehen, höher pressen, dann könnte man ihn durchaus auch pressender Stürmer nehmen. Warum nicht? So, Tianlong Lee trainiert der Ball spielend. Dann Serginio Dest. Da gehe ich auf Flügelverteidiger, allerdings auf Verteidigen. Weil da sind wir jetzt momentan ein bisschen konservativer unterwegs, um einfach defensiv stabiler zu stehen. Coutinho ist mir egal. Gabi. Da möchte ich ehrlich gesagt, dass der die 6 trainiert. Weil der wird da hinten dann wahrscheinlich... Na, wobei... Ist die Frage. Den kannst du dann hinten als zurückgezogenen Spielmacher nehmen oder auf der 10 als vorgeschobenen. Ich lasse ihn mal die 10 trainieren. Weil da wird er wahrscheinlich der erste Backup jetzt sein für Petri. Dann Yusuf Demir, da müssen wir uns auch irgendwann entscheiden. Er kann nicht gut flanken, deswegen würde ich ihn links nicht als Flügelspieler nehmen. Also passt dieses Inverse-Spielen auf jeden Fall gut zu ihm. Abschluss- und Weitschüsse sind nicht so optimal. Deswegen würde ich sagen, Inverse-Flügelspieler auf Support. Dann könnte man aber schauen, dass der vielleicht die Abschlüsse noch trainiert. Freistöße, unnötig. Torschüsse, Abschlüsse, Weitschüsse, Technik. Technik wird er nicht brauchen, da hat er 17, aber die restlichen Sachen können wir trainieren. So, Joel Linton, naja, Ricky Pusch, können wir mal schauen. Ja, werde ich ihn jetzt aber auch nichts Bestimmtes trainieren lassen. Dann lügt der Junge, ist mir auch egal. Nico. Das ist natürlich spannend. Der trainiert gerade diese zurückgezogene Spielmacherrolle. Bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das wirklich so passt. Ja, also trainiert er sie auch? Ja, passt. So, Dembélé wird uns leider egal sein müssen. Baldé natürlich wichtig. Der trainiert linkes Mittelfeld. Oder auch nicht. Verteidiger Linksflügelverteidiger auf. Verteidigen. Der muss vor allem in diesen defensiven Fähigkeiten stärker werden, aber da haben wir ihm eh schon extra Trainingsschichten angeordnet. Dann haben wir den Araucher noch. Ballspiel in der Innenverteidiger. Wo muss der stärker werden? Passspielübersicht. Passenübersicht-Technik. Finde ich gut. So, Almeida, Elias und den Ersatzkeeper lasse ich mal aus. So, Leute, dann schauen wir, wie wir heute spielen werden. Wir müssen jetzt eben schauen. Von der Müdigkeit her kann es sein, dass wir jetzt noch ein bisschen was tun müssen, aber das wird uns dann bald erspart bleiben. Ich persönlich würde jetzt den Araucher reinnehmen für Gassier und mit Dardai spielen. Longley hat Noten von 6,58 die letzten fünf Spiele, also der ist momentan außer Form, deswegen setze ich den auf die Bank. Schaudi Alba lasse ich spielen, Minguesa tausche ich mit Dest. Wobei Schaudi Alba zuletzt auch wieder so schlecht war, aber Balde ist ein bisschen müde, also würde ich vielleicht dann so machen. Jetzt muss ich nur kurz ein bisschen aufräumen hier. Defensives Mittelfeld, Ricky Pusch nehmen wir fürs Zentrum, Gavi ist da hinten noch. De Jong, so, jetzt soll es ungefähr passen. Wie spielen wir in der Off- oder De Jong Busquets, passt mir eigentlich, ja. Müssen wir schauen, wie es von der Müdigkeit her geht. Fati, Petri und Memphis und dann haben wir vorne Matthias Arezzo. Ich würde sagen, so werden wir es versuchen gegen Levante. Es ist nicht viele Änderungen. Let's go! Wir sind aktuell auf Platz 5 in der Formtabelle, ist ja gar nicht so schlecht. Ich habe jetzt übrigens einen privaten Safe begonnen, weil ich momentan ein paar Tage sturmfrei habe und meine Freundin mit ihren Mädels weggefahren ist. Und ich möchte jetzt zu dem privaten Safe noch nicht viel sagen, weil ich weiß jetzt nicht, ob ich da dranbleiben werde. Ich suche echt noch so eine Langzeitgeschichte, die mich privat motiviert. Das fehlt mir momentan noch ein bisschen. Auf jeden Fall, da spiele ich einen sehr, sehr ruhigen Ballbesitzfußball und da gelingt es mir eigentlich immer über 60% Ballbesitz zu haben. Das heißt, ich werde da jetzt mal meine Lehren daraus ziehen vielleicht und ein bisschen darauf achten. Wir stehen da schon wieder zu weit weg von den Gegnern. Aber enger Decken haben wir an, oder? Eigentlich schon. Also erste Chance für Levante. Wir haben zumindest mal deutlich mehr Ballbesitz. Das ist mal etwas Positives. 20 Punkte hinter Real. Unglaublich. Soudest. Petri de Jong. Memphis macht das gut. Jordi Alba schaltet sich in die Offensive mit ein. Und Arezzo per Kopf. Boah, der war knapp. Da ist der Torwart ein bisschen verfrüht rausgegangen und Arezzo hätte da beinahe das Tor machen können. Ich werde nur, glaube ich, in dem Spiel die beiden Außenverteidiger mitgehen lassen. Auf verteidigen können wir sie dann lassen in den nächsten zwei, drei Spielen, wo wir wieder stärkere Gegner haben. Aber gerade jetzt wäre es vielleicht sinnvoll. Das war Bseits. Bseitsfalle hat funktioniert. Wir werden jetzt einfach wirklich versuchen, so als Gegenpol zu diesen tiefen Pässen, die ständig so gut funktionieren. Gut geblockt von Petri, aber es gibt leider die Ecke. Die wird geblockt fürs Erste, dann müssen wir schnell rausrücken. Also wir werden dann mal ins Datencenter vorbeischauen. Also mein Gefühl ist, dass wir einfach viel zu schlecht in die Zweikämpfe kommen. Deswegen werde ich auch jetzt ganz ehrlich hier mal dieses mehr in die Zweikämpfe gehen nehmen. Ich habe echt das Gefühl, dass wir da viel zu passiv sind. Sehr gutes Tacklen hier. Auch gut aufgepasst, aber der prallt genau zum Gegner. Ja, bisher auf jeden Fall. Natürlich alles andere als gut die Partie. Wir kommen einfach nicht in die Zweikämpfe, obwohl wir enger Decken anhaben. Das heißt, wir sind hier schon nah dran, aber gehen da einfach nicht wirklich rein. Stark vom Jodial war. So, De Jong, Petri. Also bisher schon wieder ein ganz schwaches Spiel. Bisschen schade, aber ich finde ehrlich gesagt, dass wir jetzt zuletzt ganz gut gespielt haben, wenn man jetzt zum Beispiel das Pokalspiel gegen Valencia ansieht, wo wir dann zum Schluss eigentlich alles hier noch erzwungen haben. So, ich tausche die beiden mal. Vielleicht bringt es ein bisschen was. Memphis und Fatih. und werde jetzt folgendes machen. Nein, ich mache jetzt mal nichts. Schatz und von den... Eigentlich würde ich fast lieber rausnehmen. Nehmen wir den Memphis raus, Fatih auf links. Und ich bringe rechts Dembele. Arezzo ist noch fit genug, deswegen lasse ich den vorübergehend noch drin. Die Frage ist halt einfach auch, wo verlieren wir die meisten Bälle? Ich gehe mal auf... Ja, warten wir mal. Theoretisch könnte man mal auf umfassende Highlights sonst auch gehen. Auch hier wieder. Das sind so Situationen, die absolut unmötig sind. Also zum einen war es total dämlich von Araucho hier Busquets anzuspielen, weil er konnte ja nichts anderes machen, als den Ball irgendwie wegschlagen. Und zum anderen... Ich nehme den Fokus raus, glaube ich. Das Kurzabspielen ist eigentlich auch drin. Etwas kürzeres Tempo und etwas höher. Ich nehme das jetzt mal runter und gehe auf geduldig spielen. Um einfach ein bisschen mehr Kontrolle reinzukriegen. Dann haben wir auch Zeit, bis die Jungs nachrücken. Petri mit dem Ballverlust, Busquets mit dem Gegenpressing. Das war gut. Arezzo, Guzman Dembele. Best, Dembele und Vati, Riesenchance. Tolle Parade. Aufpassen auf den Konto, aber super von Busquets. Ganz stark gemacht. So, schöner Pass auf Jordi Alba. Vati, Petri, wieder nichts. Gegen Pressing. Erfolglos. Aber jetzt haben wir zumindest Chancen. Das heißt, die Änderungen waren hier jetzt schon mal erfolgreich. Ich bringe den Luc de Jong jetzt mal rein für ein bisschen frisches, frisches Blut da drin. Ich bringe den Gavi auf die Zehen und den Nico für den, lassen wir noch. Das reicht jetzt mal. Petri ist sehr schwach. Deswegen bringen wir da einen frischen Gavi rein. Schau dir aber auf Vati. Aber so Erkenntnisse daraus auf jeden Fall ein langsameres Passspiel. Sorgt natürlich für mehr Kontrolle und mehr Ballbesitz. Dadurch geben wir dann vielleicht auch ein bisschen weniger Risiko. Das war auch wieder so unnötig. Aber Test gleich mit dem Ballgewinn. Petri schön gemacht. Dembélé. Und das war abseits. Ach, Leute. De Jong ist jetzt richtig müde. Test auch. Freistoß Gavi. Der ist drin, aber da wird reklamiert. Könnte sein, dass das Ding nicht zählt. Die Verteidiger reklamieren auf Abseits. Araujo. Es wird gecheckt. Tor wird gegeben. 1-0. 68. Minute. Und Gavi, den wir gerade eingewechselt haben, hat hier gleich mal den Assist gemacht. Mithilfe des Innenpfostens hat Araujo den verwandelt. So. Jetzt müssen wir schauen. Also mir persönlich ist die Defensive wichtiger, was die Müdigkeit angeht. Ich bringe Nico für Busquets und tausche die beiden. Und dann bringe ich noch rechts hinten den Minguesa für Test. Schau die Alba mit der Ecke. Ah, schade. Kein schlechter Versuch. Aber jetzt sind wir die klar bessere Mannschaft. Oh, Alba hat was abbekommen. Das ist jetzt natürlich bitter. Der muss da jetzt durchhalten. Wir können uns nur ein bisschen konservativer einstellen, dass er nicht ganz so viel mitgeht. Vielleicht tut er sich dann leichter, das Ganze zu überstehen hier. So, Nico und Gavi. Starkes Tackling. Ah, jetzt verliert er den Ball. Der Pass in die Tiefe. Das sah für mich nach klarer Mopsides aus. Schütze, der lässt es für das erste Mal laufen. Aber nichts passiert. So. Wir beginnen mit dem Zeitspiel. Ein bisschen spät jetzt fast, aber versuchen wir es mal. Raucho klärt den Belay und Gavi. Gavi nimmt Fahrt auf und verliert ihn. Da gibt es nochmal Ecke. Letzte Minute. Wahrscheinlich die letzte Chance für Levante, hier noch was mitzunehmen. Bardi mit der Ecke. Die wird fürs Erste geklärt. Die Zeit ist eigentlich um. Utrich, der lässt noch laufen. Schaut auf die Uhr. Und das war's. Wir gewinnen gegen Levante schlussendlich. dann doch verdient durch eine relativ starke Schlusshalbestunde. Das war jetzt nicht ganz deutsch, aber okay. Schaut die Alba jetzt leider verletzt. Aber es sind jetzt schon sieben Spiele ungeschlagen. Zumindest in der Liga. Das ist schon mal nicht so schlecht. Also, was lernen wir daraus? Wir nehmen das Tempo runter. Wir nehmen geduldig spielen. Dadurch haben die Leute auch Zeit nachzurücken. Das ist sicherlich nicht verkehrt. Den Fokus habe ich, glaube ich, auch rausgenommen. Die Seiten, weil wir sehr spielstarke Spieler wieder im Zentrum haben. Und ja, jetzt gehen wir so weiter. Jetzt sind wir wieder in die Champions League-Ränge gerutscht. Das ist natürlich wichtig. Aber jetzt wird es richtig schwierig. Jetzt haben wir Bilbao und dann Atletico Madrid. Das heißt natürlich jetzt Gegner, die uns ordentlich fordern werden. Janko kam mit einer starken Leistung. So, die Nachanalyse. Viele Pässe kamen an. Die haben eigentlich auch recht viel durchs Zentrum gespielt. Interessanterweise. Schaut euch das mal an. Wie häufig hier Fatih vorne war. Achso, nee, gar nicht. Das ist seine Durchschnittsposition, weil ich bei ihm die Seite gewechselt habe. So, hier sehen wir, dass wir zum Schluss dann auf jeden Fall noch nachgelegt haben, obwohl der Expected Goals-Wert bei Levante besser war. Matchmomentum haben wir hier schön gedreht. Die gegnerischen Schüsse waren eigentlich alle im Strafraum. Auch gefährlich. Auch nicht optimal. So, Rosanas. Drei bis vier Wochen, drei bis vier Monate verletzt wegen einer Hüftverletzung. Das ist natürlich bitter. Den kennt man auch noch aus dem Malaga-Let's Play. Da haben wir den rechts hinten gehabt. Villa Libre. Nizza-Let's Play. So, Espanyol gewinnt gegen Valencia. Das ist für uns nicht schlecht, weil dadurch haben wir drei Punkte auf Valencia aufgeholt, die hier auf diesem Platz zwei sind, den ich so gerne hätte. So, er ist noch nicht ganz fit genug. Ich lasse das diese Runde mal aus. Und fürs B-Spiel machen wir verfügbar den Aranda von mir aus. Den Peña, den machen wir immer verfügbar für die B-Mannschaft. Ricky Pusch immer. MdT immer. Almeida von mir aus auch immer. Yusuf Demir braucht Spielpraxis. Kann auch spielen. Coutinho, wer ist denn da interessiert? Würde ich sagen, kann jetzt auch mal spielen auf jeden Fall. Ups. So, Gavia leidet Krankheit. Grippe, den schicke ich nach Hause, damit er mir niemanden ansteckt. Flächen Quarantäne. So, Diogo Monteiro. 17-jähriger Portugiese von Servet Genf. Nicht so wirklich interessant, aber mit seiner Note 4 werde ich ihn nicht scouten. So, hier sehen wir Champions League. Der BVB. 4-2 im Rückspiel gegen Chelsea, aber trotzdem rausgeflogen. Liverpool stark gegen Atletico. Das heißt, Atletico... Achso. Ist mir wurscht, wenn die müde sind, weil die spielen nicht gegen uns. Oh, die haben den Transfer von Dominic Klawocker abgesackt. Kann ich von Dominic nochmal anfragen? Ja, das geht, weil dann könnte ich theoretisch schauen, ob wir da vielleicht einen schlechten Mitarbeiter in der U19 haben. Assistenztrainer U19. Ja, schon mal nicht aufregend. Pau Marti. Super Nachwuchsarbeiter. Okay, der ist zum Beispiel richtig schlecht. Paul Planas. Vertrag läuft auch aus. Einvernehmliche Auflösung. Für 6.000, das ist mir okay. Ist mir okay. Bin schon wieder super deutsch unterwegs. Dafür nehmen wir Dominic Klawocker als U19-Assistenztrainer. Assistenztrainer. Schauen wir, ob es jetzt klappt. Oh, 39 E-Mails. Jede Menge Scouting-Berichte. Haben aber noch Zeit in dem Part. So, das heißt, wir gehen einfach nach den Noten wieder. Alles, was hier recht schlecht ist, wird nicht gescoutet. Ich würde sagen, alles über 4, wenn wir näher verfolgen. Den zum Beispiel Thiago Almeida von Tondela. Den nehmen wir auch. Den nehmen wir auch. Also richtig, richtig super Spiele waren noch nicht dabei. Aber wir werden sowieso noch mal ein Scouting-Special machen. Das mache ich jetzt dann auch in der nächsten Aufnahmesession bei Bremen. Wenn wir nämlich, wenn der Youth Intake überall war. Das möchte ich eigentlich ganz gerne. Der ist ganz interessant. Fabio Vieira, den nehme ich auf die Ausfallliste. So, Fabio Silva sowieso sensationell. Mag ich auch ganz gern. Samu, da sind halt schon richtig starke Spieler dabei. Gonzalo Ramos. Sehr starker Stürmer. Könnte man auch überlegen. Ein junger Schwao Mario. Also nichts zu verwechseln mit dem offensivischen Mittelfeldspieler, der bei Inter war. So, dann gehen wir hier durch. Gut, gut. Hier sehen wir noch die Euroleague. Lazio hat Marseille gezogen als nächstes. Ganz attraktiv eigentlich. So, U19 ist gut unterwegs. 5-0 Sieg gegen Alaves U19. Spielt Baro dabei. Leider nein. Schade. Bin natürlich gefreut, wenn die vielleicht auch dann ein bisschen müde gewesen wären oder so. Aber leider nein. Okay. So, Donny van der Beek. 38 Millionen. Gar nicht so tragisch eigentlich. Leicester ist interessiert an ihm. Schaut jetzt eigentlich mit Coutinho aus. Den wollte ich jetzt nochmal anbieten. Ich gebe da jetzt wieder nichts an. Schauen wir einfach mal, welche Angebote da kommen. Wenn überhaupt was kommt. Den scouten wir weiter. Paolo Bernardo kann man uns auch anschauen. So, Aranda trainiert nicht gut. Das ist ja der, den wir auf der Transferliste haben. Dann schiebe ich den mal in die B11. Das ist glaube ich nicht wirklich notwendig, dass wir den in der ersten Mannschaft haben. Wenn er uns dann das Training runterzieht. Dem ihr trainiert gut. Der Stegen trainiert gut. Und wer war es noch? Eric Garcia mal wieder. Ich glaube, wenn der weiter so gut trainiert und wir dem regelmäßig, die Einsatzzeit geben, dann wird der explodieren. Oder ich hoffe es zumindest. Valencia gewinnt gegen Sevilla. Das heißt, die legen vor. Sevilla aktuell auf der 11. Also auch so ein bisschen am kriseln, kann man sagen. Die haben wir dann danach. Und der Stegen vor Meilenstein. Nicht schlecht. So, ich würde den Part jetzt trotzdem, glaube ich, mal hier beenden. Okay, der Trainerstab ist trotzdem zu groß bei der U19. Wir können noch kurz schauen, wie es bei der B-Mannschaft mit Mitarbeitern aussieht. Wenn der B11 könnte ich ihn nehmen. Lieber Dominik, das ist hartnäckig. Ich hoffe, du bist es wert. Okay, der hat keinen Bock mehr. Müssen wir anders mal versuchen. So, wir erhalten nochmal 1,5 Millionen aus dem Semedo-Deal. Nicht so schlecht. Nächste Saison haben wir 18 Millionen Transferbudget. Das ist zumindest schon ein bisschen was Positives. Schauen wir mal, ob wir den Kriesmann vielleicht noch wegbekommen. Und da können wir wahrscheinlich die gesamte Summe so ziemlich in einen neuen Stürmer stecken. So, Barca gegen Athletic Bilbao. Ich schaue jetzt nochmal kurz wegen der Ausstellung. Sparen wir uns das wenigstens für den nächsten Part gleich mal. So, Araucho kann ganz normal spielen. Da haben wir nur zwei. Schau, die Alba und Gavi. Nehmen wir den Coutinho mit. Und ich nehme den MDT mit. Zwei auf der, ja, Liste zum Aussortieren. Petri momentan überhaupt nicht in Form. 6,54. Arezzo eigentlich auch nicht. Ich überlege gerade, wie hoch ist die Aggressivität von Joey Linton. 17. Ich lasse ihn heute mal von Beginn weg stürmen. Und, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Zum Spiel gegen Bilbao. Zum Spiel gegen Atletico Madrid. Vielleicht sogar zum Spiel gegen Sevilla, wenn es sich zeitlich ausgeht. Aber ich bin mal optimistisch. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.